Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wo liegt das Glück heute am 17. August 2017? Wen beschenkt Fortuna gerade und in welchem Lebensbereich liegt das Glück? Das sind gerade die Zwillingsgeborenen, besonders die Zwillingsgeborenen, die am 10., 11. und 12. Juni Geburtstags haben. Und wo liegt das Glück? Das sind die Wünsche, Sehnsüchte und Träume, weil das geht zum Erfüllung. Aber wir sollen noch etwas beachten, was hindert dabei, dass dieser Wunsch zur Erfüllung geht. Das ist die Vergangenheit. Wo liegt das Glück? Das liegt in Zukunft. Und hier und jetzt dürfen die Zwillingsgeborenen gerade etwas wünschen. Sie sollen aber damit bewusst sein und auch daran glauben, weil da liegt die Kraft. Also sie sollen davon überzeugt sein, dass dieser Wunsch gerade zum Erfüllung geht. Es ist nicht nur Fortuna, wo das unterstützt, dieses Glück, sondern die Unterstützung kommt auch von Jupiter, weil Jupiter bestrahlt das schön und Jupiter gilt auch als großes Glück. Aber nicht nur Jupiter unterstützt das, sondern auch Venus. Und Venus ist nicht nur die Liebesplanet, sondern Venus gilt auch als kleines Glück. Also da kommt so viel Glück zusammen und daran sollen die Zwillingsgeborenen glauben. Wenn jemand wissen möchte, welche sind die Glückstage des Jahres, das kann man natürlich berechnen. Und die Kontaktdaten findet ihr unten bei der Beschreibung. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.